Aus meiner Sicht ist die Apple-Aktie deutlich überbewertet. Es besteht großes Abwärtspotenzial und deshalb solltest du die Apple-Aktie auch nicht kaufen. Warum ich das so sehe, werde ich ganz ausführlich in diesem Video erklären. Das habt ihr euch auch gewünscht, dafür habt ihr abgestimmt. Und ganz wichtig, das wird ein sehr umfangreiches Video. Ich werde sehr viele verschiedene Aspekte beleuchten und die bauen auch alle aufeinander auf. Deshalb unbedingt dranbleiben, schaut euch das Video einfach ganz in Ruhe an und dann freue ich mich am Ende natürlich auch auf die Diskussion mit euch in den Kommentaren. Aber starten wir direkt mit der Apple-Aktie und schauen uns dazu zu Beginn erstmal die Performance an in den letzten 5 Jahren im Vergleich mit den anderen großen Tech-Giganten Alphabet, Amazon und Facebook. Und da sehen wir auch hier Apple in Grau, hier links seht ihr es auch. Und in den letzten Jahren bis 2020 oder bis Mitte 2019 hat sich die Apple-Aktie eher schwer getan. Da war vor allem Amazon der unangefochtene Spitzenreiter. Aber seitdem ist die Apple-Aktie nochmal enorm weiter angestiegen und ist von all diesen Aktien die mit Abstand beste Aktie im Vergleich. Das behalten wir uns auch mal so im Hinterkopf. Wir werden später nochmal ganz ausführlich auf den Chart eingehen. Wie immer mache ich am Ende von dem Video eine ausführliche Chart-Analyse. Aber ich schlage vor, wir beginnen direkt mal mit dem Unternehmen Apple und machen uns erstmal einen Überblick, auch vor allem über die einzelnen Geschäftsbereiche und wie das Unternehmen so aufgestellt ist. Und dann sehen wir hier auch eine sehr eindrucksvolle Grafik. Und das sagt auch schon die Überschrift, das unglaubliche Wachstum von Apple. Und hier seht ihr auch die einzelnen Meilensteine von Apple. Da will ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen, sondern vor allem auf die einzelnen Segmente und das Wachstum davon. Und da sehen wir auch hier enormes Wachstum, vor allem mit dem iPhone-Bereich. Erstes Smartphone von Apple und damit sind wir natürlich extrem stark gewachsen. Mittlerweile stagnierte Bereich eher, darauf gehen wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher ein. Dann sehen wir auch der zweitgrößte Bereich sind mittlerweile schon die Services. Aber auch darauf werden wir später nochmal ganz ausführlich eingehen. Und dann sehen wir hier auch Other oder das Sonstige, was Apple früher zusammengefasst hat in diesem Segment, eben wo solche AirPods drin sind oder auch der HomePod und andere Accessoires oder eben auch hier die Apple Watch, die sich in diesem Segment befindet. Und dann sehen wir natürlich auch noch den Bereich Mac, also die iMacs und die MacBooks sowie iPad. iPod ist natürlich mittlerweile nicht mehr vorhanden. Das hat sich mittlerweile durch die Smartphones und durch so eine Streaming-Angebote wie Spotify erübrigt. Und wenn wir jetzt die Grafik einfach mal ganz nüchtern und neutral betrachten, dann sehen wir, dass die iPhones immer noch einen enorm großen Anteil der Umsätze ausmachen. Über 50% und gleichzeitig sehen wir, dass dieser Bereich seit einigen Jahren stagniert. Und da sind wir auch schon beim ersten großen Problem, das ich bei Apple sehe. Und da steigen wir auch jetzt nochmal ein bisschen tiefer mit ein. Wie wir nämlich an der Grafik hier sehen, befindet sich der gesamte Smartphone-Markt mittlerweile eher in der Stagnation beziehungsweise eher in einem Rückgang. Und das zweite Problem für Apple ist, dass vor allem die anderen Player mittlerweile so stark aufgeholt haben und dass der Markt nicht nur allgemein stagniert, sondern dass die Konkurrenz auch unglaublich stark ist. Jetzt vor kurzem im Q2 2021, ganz aktuelle Grafik, hat sogar auch Xiaomi Apple überholt und ist mittlerweile auf dem zweiten Platz der größten Smartphone-Hersteller. Eine wichtige Anmerkung hierbei allerdings, dieses jährliche Wachstum von 1%, das ist natürlich verfälscht. Das kommt immer darauf an, wann welcher Hersteller seine Smartphone veröffentlicht und wann die dann gekauft werden. Und gerade bei Apple ist es aktuell der Fall, dass sie im Herbst immer ihre neuen Smartphone veröffentlichen. Und das haben wir auch schon vorhin in der Grafik gesehen, dass es da immer solche Schwankungen gibt. Das heißt hier, die Wachstumsraten, die haben wenig Aussagekraft. Aber Fakt ist, insgesamt wird Apple nach und nach verdrängt von den Spitzenplätzen. Und gerade solche Low-Budget-Smartphone-Hersteller, die aber ebenfalls auch im Premium-Segment stark aufgestellt sind. Das heißt, die hier beide Bereiche bedienen, wie eben Xiaomi, Oppo oder auch Vivo, die holen hier stark auf. Und dadurch ist nicht nur der Smartphone-Markt an sich ein Problem für Apple, der immer langsamer wächst, sondern auch eben diese starke Konkurrenz, die Apple immer mehr zu schaffen macht. Gleichzeitig, wenn wir bei Apple bleiben und jetzt einfach nur deren eigenes Geschäft betrachten, dann sehen wir, dass sich diese ganzen Herausforderungen und der Konkurrenzdruck auch in den Verkäufen der eigenen Smartphones widerspiegelt. Und da sehen wir den langfristigen Verlauf, etwas über zehn Jahre und den Suchbegriff nach iPhones. Und hier sehen wir eben genau diese Punkte auch, die ich erwähnt habe, dass das iPhone eben immer zu dieser Apple-Präsentation vorgestellt wird. Und da gibt es natürlich immer so Peaks in der Google-Suche. Und was wir hier sehen, dass der Hype nach den Apple-iPhones Jahr für Jahr immer weiter nachlässt. Und mittlerweile, das ist auch nicht ganz fair, muss man auch dazu erwähnen, das Event war jetzt gerade erst, auch hier an dem Punkt, ich nehme das Video hier am 17. September auf. Das wird wahrscheinlich in eineinhalb Wochen beziehungsweise in ungefähr einer Woche erscheinen. Auch nur zur Einschätzung. Das werde ich aber nachher nochmal bei den Grafiken erwähnen, wenn ich auf den Chartverlauf eingehe. Aber insgesamt, das Event war eben gerade erst. Das heißt, auch hier werden wahrscheinlich noch die Suchanfragen wieder anziehen. Aber im Gesamtbild sehen wir trotzdem, die Apple-iPhones werden Jahr für Jahr, unbeliebter kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall sinkt der Hype nach und nach ab. Aber wie wir hier gesehen haben, es gibt ja noch, abgesehen von dem Bereich mit den Airpods und der Apple Watch und diesen anderen sonstigen Segmenten, wie auch den Services, die wir uns nachher auch nochmal im Detail anschauen, gibt es natürlich noch zwei andere große Bereiche im Hardware-Segment. Und das sind eben hier die Macs und das iPad. Und wie wir hier sehen, machen die auch ebenfalls einen ziemlich großen Anteil der gesamten Einnahmen aus. Daher werfen wir jetzt auch in dem Bereich nochmal einen genaueren Blick und schauen uns hier einmal ein paar Grafiken dazu an. Und dann sehen wir auch hier eigentlich fast das gleiche Bild eben wie bei den iPhones, nämlich, dass hier im iPad-Markt und auch im Bereich der Macs eher eine Stagnation eingesetzt hat, beziehungsweise, dass das Ruxum hier schon deutlich nachgelassen hat. Hier gab es auch nochmal so einen leichten Aufschwung der letzten Jahre, vor allem mit den Macs und dem neuen M1-Prozessor von Apple. Und ich denke, der wird auch nochmal leicht anziehen in den nächsten Jahren, wenn sie jetzt den geupdateten M1-Chip rausbringen und dann wahrscheinlich auch den M2-Chip. Der M1-Chip hat noch viele Kinderprobleme, das heißt, hier warten auch noch viele, die sie sich den neuen MacBook holen mit dem überarbeiteten Prozessor. Und auch ich warte aktuell da drauf. Und auch allgemein, ich selbst nutze ein MacBook, das heißt, hier in der ganzen Analyse, ich bin jetzt nicht irgendwie besonders kritisch, weil ich ein Apple-Hasser bin, ich selbst nutze ein MacBook, ich selbst nutze auch die AirPods, die schauen wir uns auch nachher nochmal im Detail an. Das heißt, ich bin ebenfalls Kunde von Apple und werde wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass hier die Kurve nochmal ein bisschen weiter hoch gehen wird, weil ich mir wahrscheinlich auch den MacBook, den neuen MacBook zulegen werde. Aber insgesamt, in der Gesamtbetrachtung, sehen wir, dass auch die Bereiche eher stagnieren und dass Apple hier auch kein großes Wachstum zukünftig erwarten kann. Das heißt, hier haben wir gleich das zweite Problem. Nicht nur die iPhones, sondern auch iPad und Mac machen großen Anteil der gesamten Umsätze aus und all diese Hardware-Produkte befinden sich in einem schwierigen Markt und stagnieren. Und dazu werfen wir auch nochmal einen kurzen Blick auf meine Website und meine ausführliche schriftliche Analyse zu Apple. Da habe ich auch schon ein paar Gründe genannt, weshalb die Apple-Aktie aus meiner Sicht eher kein Kauf ist. Aber falls ihr die Analyse schon kennt oder falls ihr auch den Artikel schon gesehen habt, diese Analyse oder das Video hier, da nehme ich ganz neue Punkte mit rein und betrachte ganz andere Sichtweisen. Das heißt, falls ihr den schon kennt, müsst ihr jetzt auf keinen Fall abschalten, sondern im Gegenteil, bleibt unbedingt dran. Das Video hier ist eine optimale Ergänzung zu dem Artikel und deshalb werde ich jetzt nur auf einzelne Bereiche von der schriftlichen Analyse hier zurückgreifen. Und dann schauen wir direkt mal rein und werfen nochmal einen Blick auf die Geschäftsbereiche, weil den Punkt habe ich auch schon erwähnt in meiner Analyse und die Grafik ist auch immer noch aktuell, weil wir das Geschäft 2021 nicht vollständig beendet haben. Das heißt, hier die Grafik nach den Geschäftsjahren und mit Blick auf das letzte Jahr 2020 ist absolut aktuell. Und dabei habe ich auch nochmal den Fokus auf die einzelnen Geschäftsbereiche gehoben, beziehungsweise ich habe sie in zwei verschiedene Bereiche aufgeteilt und zwar zum einen der Hardware-Bereich mit den iPhones, dem iPad und dem Mac, hier in schwarz, und zum anderen die wachstumsstarken Bereiche, hier auch unter sonstige angegeben, aber eben gerade mit den AirPods, mit der Smartwatch, dem HomePod und diese ganzen anderen Geschichten, die Apple noch so anbietet und eben den Services mit das stärkste Segment von Apple und das wohl auch in der Zukunft noch die größte Rolle spielen wird. Und auch hier habe ich schon aufgezeigt, wie stark dieser Bereich gewachsen ist in den letzten Jahren und nur als Ergänzung habe ich euch auch nochmal eine Grafik mitgebracht, weil dieser sonstige Bereich so klein aussieht und die einzelnen Segmente in diesem Bereich sich ja auch nochmal aufteilen auf diese ganzen verschiedenen Produkte, die ich eben genannt habe. Und da werfen wir einfach mal einen Blick rein und schauen uns nämlich nur die AirPods an und den Umsatz, den Apple allein mit diesen AirPods erzielt im Vergleich zu anderen Unternehmen. Und da sehen wir, ich habe es auch hier in grün einmal eingerahmt, dass sie mit einem Umsatz von über 23 Milliarden direkt hinter Tesla und Netflix kommen, wenn diese AirPods ein einzelnes Unternehmen wären. Also nur dieser Umsatz von dem einzelnen Produkt stellt so viele Top-Tech-Konzerne absolut in den Schatten. Hier sehen wir auch noch Adobe, Uber, NVIDIA und auch AMD, die ich ebenfalls analysiert habe, kann ich euch auch gerne in der Beschreibung verlinken. Aber insgesamt viele Top-Unternehmen, auch hier Spotify, stellen die AirPods komplett in den Schatten und das ist ein einzelnes Produkt von Apple und das zeigt eben auch und das möchte ich in dieser kritischen Analyse trotzdem immer wieder hervorheben, was Apple für ein unglaublich starkes Unternehmen ist, wie innovativ sie auch immer noch sind und wie sie es schaffen, immer wieder neue Produkte auf den Markt zu bringen, die innerhalb weniger Monate oder Jahre den gesamten Markt im Sturm erobern und sich auch direkt an die Spitze kämpfen. Und hier habe ich auch noch eine Grafik mit dabei, ich habe eben schon von dem Apple-Event gesprochen, das kürzlich erst stattgefunden hat im September und da habe ich eine Grafik mitgebracht, eine Umfrage, was die meist erwartetsten Produkte sind von der Apple-Vorstellung, von der neuen. Und klar, das iPhone ist auch wieder mit weit oben dabei, aber auch vor allem die Apple Watch, das heißt, hier besteht auch wieder Potenzial in diesem sonstigen Bereich, das auch nochmal weiter wächst. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die AirPods, die, wo ich eben aufgezeigt habe, was die für ein unglaublich starkes Wachstum aufweisen, dass hier der Markt auch eher gesättigt scheint und das macht auch Sinn, denn von den ersten AirPods bis zu den AirPods 2 war nochmal ein großer Sprung, gerade mit dem Noise-Canceling und diesen anderen Funktionen. Ich selbst besitze auch die AirPods der zweiten Generation und bin mit denen auch sehr zufrieden, aber wir sehen hier, die nächste Version der AirPods wird jetzt nicht wirklich brennend erwartet. Das heißt, Apple muss sich natürlich auch immer wieder umschauen, wie sie es schaffen, neues Wachstum in diesen sonstigen Bereich zu bringen, eben wo gerade diese Apple Watch und die AirPods und diese anderen sonstigen Produkte zu finden sind. Und das zeigt auch nochmal, dass das eben kein Bereich ist, der jetzt ganz von selbst wächst und wo Apple die Füße hochlegen kann, sondern der ist sehr dynamisch, da gibt es auch sehr viel Konkurrenz und da ist viel Wachstum drin. Das heißt, ja, auch abgesehen von den Services haben sie hier ein starkes Wachstumssegment, aber da müssen sie eben auch sehr viel tun. Es gibt da verschiedene einzelne Produkte, es gibt da eben viel Dynamik im Markt, wie ich es eben schon gesagt habe und das ist auf keinen Fall ein geschenktes Wachstum. Aber was dafür wirklich eine enorme Cash-Cow von Apple ist, ist eben dieser grüne Bereich hier, nämlich die Services und da, wo auch das wirkliche Wachstum schlummert und deshalb werde ich jetzt darauf nochmal ein bisschen detaillierter eingehen. Und genau dieser Bereich ist es auch, weshalb viele Analysten Apple mittlerweile schon als Softwareunternehmen betiteln und wir sehen auch hier die einzelnen Segmente aus diesem Servicebereich und auch Tim Cook betont immer wieder, dass die Services eine elementare Rolle spielen in der zukünftigen Strategie von Apple und vor allem in seiner Strategie als CEO von Apple. Dennoch müssen wir hier realistisch bleiben, das Wachstum ist zwar da und der Bereich wird auch zukünftig weiter wachsen, aber letztendlich macht er immer noch ungefähr ein Drittel des Unternehmens aus und ich habe hier in der Analyse auch nochmal das Wachstum von diesem Bereich hervorgehoben, dass der im Schnitt mit ungefähr 20% wächst und habe gleichzeitig aber auch aufgezeigt, dass selbst, wenn alle anderen Bereiche jetzt stagnieren würden und wenn nur dieser Bereich weiterhin mit 20% pro Jahr wächst, was auch nicht unbedingt gegeben ist, weil teilweise schwächt es sich auch ab in einzelnen Jahren, dann würde es immer noch fünf Jahre dauern, bis dieser Bereich 50% vom gesamten Umsatz ausmacht. Das heißt, wie man es dreht und wendet, Apple ist aus jetziger Sicht noch kein Softwareunternehmen, der Hardwarebereich macht noch einen großen Teil der Umsätze aus und auch in dem sonstigen Bereich muss Apple sehr viel für das Wachstum tun und dazu schauen wir uns auch nochmal eine weitere Grafik an und zwar habe ich hier nochmal die einzelnen beiden Wachstumsbereiche für sich und abgetrennt vom Hardwaresegment betrachtet und auch hier sehen wir, ja, da gab es in letztes Jahr ein starkes Wachstum und vor allem sehen wir hier auch die Schwankungen von dem sonstigen Bereich, natürlich auch im Q4 beziehungsweise Q1 nach dem Weihnachtsgeschäft werden hier die größten Umsätze erwirtschaftet, aber was wir vor allem sehen, dass der Servicebereich ziemlich konstant wächst. Ja, es gab mal kurzzeitig eine Stagnation während der Corona-Pandemie und danach ist das Wachstum wieder stärker angezogen, aber insgesamt, wie ihr an dem gelben Pfeil hier markiert, ist das Wachstum relativ konstant und ziemlich gut prognostizierbar und das ist auch ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Bewertung, die wir nachher durchführen, weil da auch viele anführen, ja, der Servicebereich, der wächst so stark und auch der sonstige Bereich verzeichnet so ein starkes Wachstum, dass Apple mittlerweile ein Softwarekonzern ist und auch wie einer bewertet werden sollte, aber hier sehen wir, diese Wandlung kam alles andere als überraschend, dieses Segment wächst konstant Jahr für Jahr und es wird eben auch noch eine ganze Weile dauern, eben mindestens fünf Jahre, bis es überhaupt erst die Hälfte der Umsätze ausmachen wird und auch dann gibt es ja immer noch iPhone, iPad und Mac, die irgendwie auch weitere Einnahmen generieren müssen, beziehungsweise es müssen andere Produkte her, die diese Stagnation abfedern müssen. Das heißt, ja, in diesen Bereichen verzeichnet Apple ein starkes Wachstum, aber insgesamt, sie sind kein Softwarekonzern, sie sind noch stark abhängig von den Hardwarebereichen und die machen immer noch zwei Drittel der Umsätze aus und das wird sich auch nicht so schnell über die nächsten Jahre ändern. Und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, der enorm wichtig ist bei der Analyse der Apple-Aktie und den man auch als Investor unbedingt auf dem Schirm haben sollte, nämlich die enorm hohen Aktienrückkäufe von Apple. Und ja, sicherlich werden viele von euch sagen, ist mir bewusst, kenne ich schon, ja, die kaufen Aktien zurück, aber ist kein großes Problem, aber lasst euch überraschen, ich habe nochmal verschiedene Sichtweisen betrachtet und werde euch auch nochmal eine ganze Übersicht an einzelnen Grafiken zeigen, die sich eben genau auf diese starken Aktienrückkäufe von Apple beziehen und die uns auch aufzeigen, was wir daraus entnehmen können beziehungsweise, wie wir diesen ganzen Bereich dann einordnen können, auch für uns als Investoren beziehungsweise für all diejenigen, die sich für die Apple-Aktie interessieren. Und dann sehen wir erstmal hier an der Grafik, dass der Anteil der ausstehenden Aktien enorm gesunken ist. Das heißt, seit 2012 wurden insgesamt über 9 Milliarden Aktien zurückgekauft und das entspricht einem Wert von über 400 Milliarden US-Dollar. Also insgesamt auch eine enorm große Summe, die an eigenen Aktien zurückgekauft wurde. Und das hat natürlich auch Auswirkungen und zwar vor allem für den Gewinn. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem wenn ihr die Apple-Aktie anhand des Aktienfinders analysiert. Hier seht ihr nämlich immer den Gewinn pro Aktie. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was diese Aktienrückkäufe für Auswirkungen haben. Und auch wie gesagt, wer meinen Artikel hier schon kennt, bleibt trotzdem dabei, ich werde einzelne Grafiken aus diesem Artikel aufgreifen, aber ich gehe dann auch nochmal ausführlich auf das Thema ein. Und dann sehen wir zum einen in dieser Grafik schön dargestellt, den Gewinn pro Aktie und dass der relativ konstant wächst mit knapp 10% pro Jahr KGR-Wachstum, was ich auf jeden Fall sehen lassen kann. Aber wie gesagt, das ist der Gewinn pro Aktie und darauf wirken sich natürlich die Aktienrückkäufe auch aus. Das heißt, wenn wir wirklich wissen wollen, wie sich der Gewinn von Apple entwickelt, dann müssen wir auf den reinen Nettogewinn schauen. Und das sehen wir hier in dieser Grafik und da sieht die Entwicklung ja doch ganz anders aus und hier haben wir auch nur ein jährliches KGR-Wachstum von etwas über 4%. Also das Wachstum durch die Aktienrückkäufe ist insgesamt über 100% höher als das Wachstum anhand der Nettogewinne. Und auch hier habe ich die beiden Grafiken nochmal übereinander gestellt und dann sieht man zum einen auch nochmal die Auswirkungen der Aktienrückkäufe und zum anderen vor allem auch die Hauptmotivation, warum Apple das tut. Eigentlich hätten sie hier nämlich nach 2018 ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, aber durch die Aktienrückkäufe haben sie es geschafft, hier diesen leichten Gewinnrückgang aufzufedern, wie wir in diesem Bereich hier sehen und haben sogar geschafft, dass sie mit dem Wachstum in dem folgenden Jahr, also letztes Jahr 2020, nochmal eine ordentliche Steigerung hinlegen konnten, währenddessen der reine Nettogewinn immer noch unter dem von 2018 lag. Aber ich nehme an, das wollte Apple auch nicht als, ich sage mal, neuer Softwarekonzern und als wertvollstes Unternehmen der Welt auf sich sitzen lassen und das ist unter anderem Grund, weshalb sie so viele Aktien zurückkaufen. Und jetzt kann man natürlich sagen, schön und gut, Aktienrückkäufe, ja klar, die haben Nachteile, aber wenn man sich dessen bewusst ist, ist ja kein Problem. Ich verlinke euch auch nochmal den Artikel dieser Apple-Aktienanalyse, hier gehe ich auch nochmal auf einzelne Nach- und Vorteile ein von Aktienrückkäufen. Apple hat aber insgesamt eine recht gesunde Bilanz, deswegen sagen auch viele, ja, sie können es sich absolut leisten und das ist überhaupt kein Problem und deshalb kommen hier vor allem die positiven Punkte zu tragen. Da würde ich aber vorsichtig sein und deshalb werfen wir nochmal einen ausführlichen Blick auf eine weitere Grafik in Bezug auf diese Aktienrückkäufe. Und hier greife ich auf eine Abbildung von meinem YouTube-Kollegen Franz von Aktienfieber zurück. Schaut da gerne mal vorbei, der hat ein Video gemacht zu Apple und Xiaomi in einem neuen Format, das heißt Aktienduell, da hat er die beiden Aktien oder die beiden Unternehmen miteinander verglichen. Schaut da gerne mal rein, ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Beschreibung. Aber da habe ich mir genau diese Grafik rausgepickt, weil die uns sehr eindrucksvoll die Auswirkungen der Aktienrückkäufe vor allem der letzten Jahre aufzeigt. Hier sehen wir einmal im Hintergrund im Blau den Free Cashflow, wie er hier verläuft und da sehen wir, dass der auch relativ gut über die letzten Jahre sowohl die Dividende als auch die Aktienrückkäufe gedeckt hat. Das heißt, Apple konnte es sich wirklich allein mit dem Cashflow pro Jahr leisten, diese enorm hohen Aktienrückkäufe zu tätigen, plus die Dividende oben drauf. Hier sehen wir aber, dass die Aktienrückkäufe mittlerweile so ein enormes Ausmaß erreicht haben, dass sie hier auch den Cashflow weit übersteigen. Das heißt, Apple schafft es nicht mehr, diese enorm hohen Aktienrückkäufe mit dem jährlichen Free Cashflow zu decken. Und was das für Auswirkungen haben kann, das schauen wir uns in der nächsten Grafik an. Und zwar sehen wir hier den Verlauf der letzten sieben Jahre des Fremd- und des Eigenkapitals. Fremdkapital in grün und an dieser Skala hier abzulesen, Eigenkapital in blau und an dieser Skala hier abzulesen. Und da sehen wir, dass Apple vor einigen Jahren ein sehr stabiles Unternehmen war. Ein gewisser Leverage ist ganz normal. Das heißt, hier hatten sie schon so 40% Eigenkapital. Das war absolut normal. So ein gewisser Hebel ist nichts Unübliches für solche Unternehmen. Vor allem, wenn sie insgesamt auch stabile Cashflows erwirtschaften und vor allem auch zu den aktuellen Zinsen. Da kann man sich natürlich günstiges Fremdkapital aufnehmen und damit gleichzeitig weiter wirtschaften. Und die Zinsen sind dann viel geringer als die Rendite, die man mit dem Fremdkapital erwirtschaftet. Was wir aber hier sehen, ist, dass das Eigenkapital mittlerweile enorm stark gesunken ist. Das heißt, mittlerweile hat Apple nur noch 20% Eigenkapital und über 80% der gesamten Bilanzsumme sind mittlerweile schon Fremdkapital. Und um mich hier auch nicht falsch zu verstehen, im aktuellen Zinsumfeld ist es eigentlich kein großes Problem. Und auch mit Blick auf die Stabilität von Apple, die immer noch enorm hohe Margen und Cashflows erwirtschaften, ist es eigentlich auch kein großes Problem. Dennoch zeigt es hier einen Trend auf, den man als Investor nicht vernachlässigen und auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben sollte, vor allem wenn dieser Umstand nur durch die enorm hohen Aktienrückkäufe zustande kommt, die hier schon ein enorm hohes Ausmaß angenommen haben und die wir auch gleich nochmal ein bisschen näher betrachten werden. Und bevor wir gleich zur ausführlichen Bewertung im Aktienfinder kommen der Apple-Aktie, werfen wir nochmal einen Blick auf eine bestimmte Kennzahl, nämlich das KBV, das heißt das Kurs-Buchwert-Verhältnis und der Buchwert entspricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapital abzüglich aller Verbindlichkeiten. Und hier sehen wir natürlich auch schon ganz klar, dass hier die Bewertung enorm angestiegen ist. Also insgesamt wäre hier die Apple-Aktie in diesem Bereich fair bewertet anhand des KBVs und dieser Wert ist natürlich so stark gestiegen, weil der Kurs auch enorm angestiegen ist, aber eben auch aufgrund der Grafik, die wir uns eben angeschaut haben, weil das Eigenkapital so stark gesunken ist über die Jahre und wahrscheinlich auch noch weiter sinken wird. Das heißt, rein auf Basis des Kurs-Buchwert-Verhältnisses ist die Apple-Aktie enorm hoch bewertet und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ich habe hier extra noch die Prognosen der nächsten Jahre mit reingenommen, einmal für 2022 und auch für das nächste Jahr und da sehen wir, dass hier der Wert gar nicht großartig sinken wird, sondern sich weiterhin hier ungefähr in diesem Bereich bewegen wird. Aber das behalten wir jetzt einfach mal im Hinterkopf, das ist nur eine Kennzahl von vielen und die ist auch nicht so sehr aussagekräftig aufgrund eben des stark gestiegenen Fremdkapitals. Deshalb steigen wir jetzt direkt ein in die ausführliche Bewertung der Apple-Aktie. Und dann sind wir auch schon im Akzentfinder und sehen auch nochmal, was Apple wirklich für ein enorm starkes Unternehmen ist. Vor allem hier das Umsatzwachstum ist wirklich beeindruckend. Die Marge haben sie eher stabil gehalten über die Jahre. Das liegt vor allem an dem starken iPhone-Geschäft. Sie schaffen es ja auch mit den Hardware-Produkten eine relativ große Marge zu erzielen und wenn das iPhone-Geschäft immer noch so groß ist, dann bleibt natürlich auch die Marge relativ stabil, auch die anderen Hardware-Bereiche und Ähnliches gilt auch für die Produkte im sonstigen Bereich. Hier während dem letzten Jahr sind die Margen sogar nochmal ein bisschen stärker angestiegen. Das war ein wirklich starkes Jahr von Apple. Auch die Umsätze sind nochmal explodiert. Gerade das Service-Segment war da relativ stark, aber eben auch die AirPods, die ich vorhin schon aufgezeigt habe. Aber gleichzeitig wird sich diese Marge voraussichtlich in den nächsten Jahren auch wieder abflachen und ungefähr in dem gleichen Bereich bewegen wie zuvor. Dennoch zeigt die Grafik, dass Apple wirklich ein enorm starkes Unternehmen ist und das sieht man auch hier an der Bilanz, allein an der Tilgungskraft hier in grün, wie viel Cashflow sie einfach erwirtschaften. Dennoch sehen wir hier schon mal einen Punkt, den ich aufgezeichnet habe, nämlich der Cashbestand hier in Bronze beziehungsweise in Braun, der war auch schon mal höher und sinkt mittlerweile auch wieder ab und dafür sind natürlich auch die Aktienrückkäufe verantwortlich. Gleichzeitig, wenn wir hier mal schauen, dass hier das Kernvermögen in Grau die Schulden deutlich überstiegen hat, sehen wir hier, dass das Kernvermögen mittlerweile gleich auf mit den Schulden ist. Und auch das hängt natürlich mit den Aktienrückkäufen und mit dem neu aufgenommenen Fremdkapital zusammen. Und die Auswirkungen der Aktienrückkäufe können wir hier auch nochmal sehr schön sehen. Hier sehen wir auch in der Grafik vom Artikel, da war dieses Bild hier eingeblendet, aber hier können wir auch nochmal ein bisschen aktueller gehen und sehen wir, dass auch im Laufe dem Jahr, wir sind noch nicht mal am Ende vom Geschäftsjahr 2021, dass hier noch weitere Aktienrückkäufe durchgeführt wurden. Und wenn wir die Grafik jetzt mal ausblenden und nur auf die Balken hier schauen, dann sehen wir auch die Auswirkungen der Aktienrückkäufe beziehungsweise auf das Gewinnwachstum und eben auch in diesen kritischen Jahren, die ich vorhin angesprochen habe. 2016 wäre nämlich eigentlich das Gewinnwachstum das organische im negativen Bereich, aber durch die Aktienrückkäufe hat Apple sozusagen den Gewinn pro Aktie doch noch ins Positive gehievt. Und das sehen wir auch vor allem hier im Jahr 2019, dann wäre die auch im stark negativen Bereich, aber eben durch die Aktienrückkäufe wurde hier nochmal ein stärkerer Gewinn verbucht. Und dass das mit den Aktienrückkäufen in Zukunft auch so weitergehen wird, das sehen wir auch, wenn wir uns die beiden folgenden Grafiken anschauen. Zum einen hier der Gewinn pro Aktie, die hier laut den Prognosen auch über die nächsten Jahre weiter steigen sollen. Gleichzeitig können wir aber mal einen Blick werfen auf den Nettogewinn der nächsten Jahre. Und da sehen wir hier eine ganz spannende Grafik, die sich auf den reinen Nettogewinn bezieht, der zwar auch stark angestiegen ist im letzten Jahr, das habe ich ja schon erwähnt, auch hier sehen wir die Marge, das war wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr für Apple. Gleichzeitig aber auch über die nächsten Jahre leicht sinken beziehungsweise eher stagnieren wird. Und das ist natürlich ein anderes Bild, als wir eben gesehen haben, hier im Aktienfinder oder der Gewinn pro Aktie weiter steigen wird. Und das zeigt auch, dass hier zukünftig weitere Aktienrückkäufe geplant sind, beziehungsweise, dass auch die Analysten hier mit weiteren Aktienrückkäufen rechnen. Und somit verstärkt sich natürlich dieser Punkt, den ich eben aufgezeigt habe, mit dem Cashflow, der die Aktienrückkäufe schon jetzt nicht mehr weiter decken kann und dem ohnehin schon sehr hoch gestiegenen Fremdkapitalanteil in der Zukunft weiterhin. Aber die Punkte halten wir jetzt einfach mal so fest und machen eine kurze Zusammenfassung bis hierhin. Ein Großteil der Einnahmen ist immer noch von den iPhone abhängig, über 50%. Gleichzeitig ist ein anderer großer Anteil der Einnahmen ebenfalls vom Hardwaresegment abhängig, nämlich von den Macs und von dem iPad. Und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis hier das Service-Segment, beziehungsweise der Softwarebereich oder die stark wachsenden sonstigen Produkte hier einen großen Anteil von den Umsätzen ausmachen werden. Gleichzeitig kommt dann nochmal oben drauf, dass Apple durch diese enorm hohen Aktienrückkäufe, die wir hier auch nochmal sehen, wenn ich die Grafik einblende, den Gewinn pro Aktie künstlich verbessert, beziehungsweise verschönert und nach oben verfälscht. Und gleichzeitig hat es auch enorme Auswirkungen auf den Eigenkapitalbestand, der sich immer weiter verringert und dass hier immer mehr Fremdkapital aufgenommen wird. Aber die Punkte behalten wir jetzt einfach mal im Hinterkopf und fokussieren uns auch jetzt wirklich auf die Bewertung von Apple anhand des Gewinns pro Aktie. Das heißt, wir schließen hier die Aktienrückkäufe mit ein und sagen, das ist okay, die machen die halt, aber Apple kann es sich leisten und kommen jetzt einfach mal zur Bewertung der Apple-Aktie. Und wie immer müssen wir dabei natürlich schauen, welches KGV wir für die Bewertung heranziehen. Und wenn wir jetzt einfach mal hier das historische KGV betrachten, die letzten Jahre können wir hier natürlich ausblenden. Das wurde vor allem durch den geringen Gewinn hier sehr verfälscht, der dann im zeitlichen Verlauf stark angestiegen ist. Aber dann sehen wir, dass seit 2011 die Apple-Aktie eigentlich ziemlich konstant mit dem KGV von zwischen 12 und 13 bewertet wurde. Sogar durchgängig, einmal hier 13, aber eigentlich durchgängig im Bereich von 12. Dann sehen wir aber auch noch, dass es über die letzten vier Jahre der KGV-Wert etwas weiter angestiegen ist. Und das würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie negativ bewerten, sondern Apple ist auch tatsächlich relativ stark gewachsen. Gerade diese sonstige Sparte und die Services haben sich auch relativ gut entwickelt. Und so können wir sagen, dieser Anstieg des KGVs war auch hier gerechtfertigt, sodass wir dann noch bei der Bewertung hier auf diese aktuellen KGV-Werte zurückgreifen. Und da hat sich das KGV in den Bereich von 14 bis 16 bewegt. Das heißt, wir könnten hier bei der Bewertung ungefähr die Mitte nehmen und einfach mal die Apple-Aktie mit einem 15er KGV bewerten. Und das habe ich hier auch mal gemacht für die Jahre 2011, das aktuell 2019. Ich blende auch gleich noch die aktuellen Jahre ein. Hier habe ich ein KGV von 15 veranschlagt. Und hier sehen wir auch, das passt in der Zeit hervorragend. In der Vergangenheit, da gab es ja noch die etwas geringeren KGVs von 12 und 13, wie wir eben gesehen haben. Da war dieser faire Wert teilweise ein bisschen zu hoch. Aber in den letzten beiden Jahren sehen wir, dass dieser faire Kurs zum KGV von 15 ziemlich genau über den tatsächlichen Kurs der letzten Jahre lag und dass sich hier auch die Bewertung perfekt geeignet hat für die Apple-Aktie. Und dann schlage ich vor, wir blenden einfach mal die aktuellen Jahre ein und auch die Prognosen bis 2024. Und dann sehen wir folgendes Bild. Und für all diejenigen, die sagen, KGV von 15 ist auch viel zu gering, klar ist die Apple-Aktie überwertet. Keine Sorge, ich betrachte nachher auch nochmal weitere Bewertungsaspekte, weitere Kennzahlen und passe gleich das KGV auch nochmal an. Aber wir werfen jetzt einfach nochmal einen Blick darauf, wie die Apple-Aktie aktuell bewertet ist zum KGV von 15, der die letzten Jahre immerhin bis 2019 auch ziemlich genau gepasst hat zu dem Kurs der Apple-Aktie und das Unternehmen eben genau in diesen Jahren auch mit dem KGV von 15 bewertet wurde. Und da betrachten wir noch einen weiteren Punkt, nämlich, dass hier sehr viele Analysten auch schätzen, die Gewinn pro Aktie für die nächsten Jahre. Für das nächste Jahr sind es über 40 Analysten, danach immer noch 20, aber für das Jahr 2024 nur noch zwei und dadurch wird natürlich der durchschnittliche Wert auch extrem verfälscht. Deshalb, wie ich es auch häufig sage, würde ich hier auch das letzte Jahr ausblenden und sagen, dass wir nur den Blick auf das Jahr 2023 werfen. Und wenn wir uns einfach mal die Rendite für das KGV berechnen würden, dann hätten wir ein Abwärtspotenzial von knapp 40% und sozusagen eine jährliche Rendite von minus 20%. Wie gesagt, mir ist klar, das wird jetzt nicht unbedingt so eintreten und das Kursziel hier von 90 Dollar für 2023, was enorm weit unter dem aktuellen Kurs liegt, ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu niedrig angesetzt. Deshalb werde ich natürlich auch nochmal weitere Faktoren berücksichtigen. Und dann springen wir hier nochmal zurück zu den einzelnen Grafiken und schauen uns das KGV auch nochmal in den aktuellen Jahren ein bisschen genauer an und dann sehen wir auch hier diesen Anstieg und da fällt mir vor allem eine Sache auf, nämlich, dass das KGV zwar auch stark gestiegen ist, aber gleichzeitig, dass es sich kaum verringert über die nächsten Jahre. Und da schauen wir uns auch nochmal eine andere Grafik zum Vergleich an. Und da sehen wir hier einmal den KGV-Verlauf von Microsoft und Alphabet im Vergleich. Und da sehen wir eben auch das typische Bild, wie das sich normalerweise entwickelt. Aktuell sind diese Aktien sehr gefragt, die haben sehr profitiert von der Corona-Pandemie, wie eben auch Apple. Und deshalb weisen sie hier ebenfalls ein ziemlich hohes KGV auf für das aktuelle Jahr. Aber was wir hier sehen, dass sich aufgrund des starken Wachstums das KGV auch wieder stark abbaut über die nächsten Jahre. Das heißt, sie sind zwar aktuell relativ hoch bewertet und das sieht man vor allem bei Alphabet sehr deutlich, aber allein schon in den nächsten Jahren, vor allem hier mit Blick auf 2022, passt hier das KGV schon wieder zum historischen Schnitt beziehungsweise liegt schon leichter runter. Und vor allem, wenn wir nochmal die weiteren Jahre betrachten, dann sehen wir, wie schnell diese KGV-Werte hier wieder absinken. Und genau das sehen wir eben bei Apple nicht. Und das zeigt natürlich auch, dass Apple von diesen Top-Unternehmen, vor allem wenn wir uns noch die Grafik vom Anfang in den Hinterkopf rufen, dass die sich mit am stärksten entwickelt haben in den letzten Jahren, aber gleichzeitig weist Apple auch das schwächste Wachstum auf. Und vor allem, wie wir vorhin betrachtet haben bei der Geschäftsentwicklung, beim Nettogewinn, würde der Gewinn nicht mal wachsen in den nächsten Jahren. Das heißt, das KGV würde komplett stabil bleiben, aber nur durch diese Artien-Rekäufe schafft es Apple dieses KGV hier noch leicht zu sinken. Aber dennoch zeigt es einfach ein ganz klares Bild, dass Apple momentan ziemlich hoch bewertet ist und diese hohe Bewertung wird sich auch über die nächsten Jahre nicht abbauen. Aber wir gehen auch gleich nochmal die dynamische Bewertung rein und passen unsere Bewertung auch etwas an, weil wir gesehen haben, der Gewinn ist aktuell wirklich explodiert in den letzten Jahren, die Margen sind aktuell auch etwas höher und insgesamt sind die KGV für solche soliden Tech-Aktien wie Apple mittlerweile recht hoch. Deshalb würde ich sagen, wir können auch das KGV von Apple einfach nochmal ein bisschen nach oben anpassen. Und statt den bisher verwendeten 15 können wir das KGV auch nochmal ordentlich erhöhen und schlagen einfach mal 20% oben drauf und passen das hier an und tragen 18 ein. Und dann sehen wir, da passt sich die Bewertung auch schon nach oben an und vor allem sehen wir, dass bis zum Jahr 2019 dieses KGV jetzt schon deutlich zu hoch gewesen wäre für die Bewertung der Apple-Aktie. Das heißt, bis zu 2019, in all den Jahren davor, hat der Markt die Apple-Aktie ziemlich konstant bewertet mit dem KGV von unter 18. Und deshalb habe ich auch vorhin den Verlauf beziehungsweise das Wachstum von dem Service-Segment gezeigt, dass es hier ziemlich konstant gewachsen ist und jetzt nicht irgendwie exponentiell so, dass es viele Markthernehmer überrascht hat. Und deshalb kann ich mir hier diese enorm gestiegene Bewertung auch nicht ganz erklären. Ja, Apple hat sich gut entwickelt und auch der Service-Bereich und die sonstigen Produkte wachsen gut, aber jetzt nicht irgendwie exponentiell, sondern die wachsen wie erwartet, wie ich es eben schon gesagt habe. Also hier war nichts Überraschendes. Und wir sehen auch schon hier, vor dem Corona-Einstutz war die Apple-Aktie schon recht hoch bewertet. Das heißt, entweder haben sich die Analysten über die ganzen letzten Jahre getäuscht und auf einmal gemerkt von heute auf morgen, Moment mal, Apple hat ja auch ein Service-Segment und er zieht da ganz gute Wachstumsraten. Das sollten wir vielleicht mal bei der Bewertung berücksichtigen und haben auf einmal von heute auf morgen, wie wir es hier sehen, fast das doppelte KGV veranschlagt. Dazu auch nochmal hier meine Grafik aus dem Artikel, wo wir auch den KGV-Verlauf relativ gut sehen, wo wir sehen, dass der ungefähr bei 15 lag in den vergangenen Jahren und dann teilweise auf knapp 40 beziehungsweise auf konstant über 30 angestiegen ist. Das heißt, das KGV hat sich sogar mehr als verdoppelt innerhalb weniger Jahre. Aber kommen wir zurück zu der Grafik und sagen, okay, wir haben jetzt ein KGV aufgeschlagen, dafür, dass Apple relativ gut performt hat, dafür, dass sie auch die Margen gesteigert haben. Jetzt können wir sagen, ja, bei dem gesamten Markt steigen ja auch gerade die Bewertungen. Also wir schlagen einfach nochmal was drauf. Wir könnten auch sagen, okay, wir bewerten jetzt Apple mit einem KGV von 20. Dann sehen wir auch, dass das stark überbewertet wäre und dass bis zur Corona-Krise dieser Wert auch nie erreicht wurde. Das heißt, die Apple-Aktie wurde in all den letzten Jahren nie mit einem KGV von über 20 bewertet. Und das ist jetzt schon ein starker Aufschlag und auch dann hätten wir immer noch ein Abwärtspotenzial für die nächsten Jahre von ungefähr 17%. Wir behalten auch einfach mal diesen Wert hier im Hinterkopf. Das heißt, für 2023 haben wir hier ein faires Kursziel von ungefähr knapp 120 US-Dollar. Und hier nochmal eine kurze Ergänzung von mir. Während ich nämlich gerade das Video schneide, ist mir aufgefallen, dass ich noch einen Punkt mit reinnehmen wollte und deshalb mache ich das hier einfach kurz nachträglich. Und zwar sehen wir hier im Hintergrund nochmal den Kursverlauf der Apple-Aktie mit dem fairen Wert an der grünen Linie zu sehen. Und zwar hier einmal zu einem KGV-Wert von 25. Einfach mal zum Testen, wie hoch wir denn das KGV schrauben müssten, damit wir überhaupt guten Gewissens in die Apple-Aktie investieren könnten und auch einfach nochmal zum Aufzeigen, wie die Apple-Aktie aktuell bewertet ist. Und da sehen wir, dass bei dem KGV-Wert von 25 die faire Kurslinie hier in grün nochmal ein deutliches Stück weiter über dem tatsächlichen Kurs lag in der Vergangenheit. Auch schon, wenn wir einfach mal auf den September 2018 schauen, noch gar nicht so lang her, erst vor drei Jahren, auch da war schon das Service-Segment relativ stark und Apple war jetzt nicht großartig anders aufgestellt als aktuell. Und da ist das faire Kursziel knapp 40% über dem aktuellen Kurs damals, das ohnehin schon zu den Zeitpunkten hochgebildet hat. Und dann können wir auch hier mal das Kursziel für 2023 berechnen. Und wir sehen, selbst wenn wir das KGV jetzt nochmal ein deutliches Stück weiter erhöhen würden und hier einfach mal ein KGV von 25 ansetzen, auch dann hätten wir bis zum Jahr 2023 eher eine Stagnation beziehungsweise eine minimale Rendite von knapp über 2,5%. Und das Spiel können wir auch nochmal ein bisschen weiter treiben, denn selbst wenn wir jetzt das KGV auf 28 erhöhen, nochmal ein deutliches Stück oben drauf, auch wenn wir dann wieder auf das Jahr 2018 schauen, dann lägt der faire Kurs zu einem KGV von 28 schon knapp 60% über den tatsächlichen Kurs von damals. Und insgesamt sehen wir schon an der fairen KGV-Linie von 28 und den tatsächlichen Kursverlauf, dass das hier schon weit weg von der realistischen Bewertung ist. Aber wenn wir das jetzt einfach mal veranschlagen als fairen Wert für die Apple-Aktie, auch dann würden wir nur auf eine jährliche Rendite von ungefähr 8,5% beziehungsweise eine Gesamtrendite von knapp 18% für Ende 2023 kommen. Und dabei müssen wir natürlich berücksichtigen, dass das hier ein KGV-Wert ist, den nicht mal Alphabet oder auch nicht Facebook erreichen würde. Und jetzt könnte man argumentieren, klar, Alphabet und Facebook, die sind auch deutlich schlechter diversifiziert, weil die sind fast vollständig von dem Werbegeschäft abhängig. Dennoch, die wachsen deutlich stärker mit viel stärkeren Wachstumsraten und das ohne, dass sie hier Aktienrückkäufe tätigen. Und dann könnten wir auch noch Microsoft als Beispiel mit anführen, die deutlich besser diversifiziert sind und die deutlich stärker wachsen. Und auch die werden, wenn überhaupt gerade mal mit einem KGV von ungefähr 28 bewertet im Schnitt der letzten paar Jahre. Und einfach nur als Beispiel zeigt sich daran, dass wenn man hier den fernen KGV-Wert von Apple noch weiter in die Höhe schraubt, was hier absolut nicht mehr realistisch ist. Und selbst als optimistischer Analyst würde ich so ein hohes KGV hier für die Apple-Aktie nicht veranschlagen. Aber auch dann sehen wir, dass die jährliche Rendite hier nicht wirklich berauschend ist. Aber wie gesagt, merkt euch nochmal das Kursziel von 120 US-Dollar für Ende 2023, was wir vorhin bei dem 20er KGV berechnet haben, wo wir ja auch schon ein paar Prozent oben drauf geschlagen haben. Und dann geht es hier wieder weiter mit dem Video. Und wie versprochen, schauen wir dann auch nochmal auf andere Bewertungsansätze zurück und betrachten gleich als erstes den fernen Wert nach Guru-Fokus. Und den habe ich schon häufig in meinen Analysen erläutert. Der basiert auf ganz verschiedene Faktoren. Also auch hier, wie diese Linie, berechnet Guru-Fokus, das ist auch so ein Analyse-Tool, in fairen Wert. Aber der basiert eben nicht nur auf das KGV, was wir hier angesetzt haben zur Bewertung, sondern auch auf das Kursumsatzverhältnis, auf die Analystenschätzungen, auf die Cashflows und auch viele weitere Faktoren, die da in die Bewertung mit einfließen. Und dann werfen wir einfach mal einen Blick drauf. Und wir sehen hier etwas, was ich relativ selten bei Guru-Fokus sehe und vor allem bei solchen Nasdaq-Schwergewichten, wie eben Microsoft, Amazon oder auch Alphabet, die ich eben schon gezeigt habe. Und zwar sehen wir hier auch direkt schon die Einbildung von Guru-Fokus signifikant überbewertet. Und das sehen wir auch hier schon an dem blauen Chart von Apple, dass mittlerweile die Aktie enorm überbewertet ist. Und wenn wir jetzt mal genau hinschauen, dann sehen wir, dass der eigentlich faire Wert hier knapp unter 120 Dollar ist, ungefähr bei 115 Dollar. Das heißt, so wie ich gerade rumgespielt habe anhand des KGVs von Apple, das deckt sich auch hier mit dieser Bewertung, die ganz viele Faktoren mit einbezieht. Und wir kommen hier fast zum gleichen Kursziel für Ende 2023. Und dann werfen wir auch nochmal einen Blick auf weitere Methoden, um diese Einschätzung auch nochmal zu bestätigen. Und zwar haben wir ja auch nochmal das KGV, aber nochmal in einer anderen Sichtweise. Und dann sehen wir auch, dass das aktuell enorm über dem Durchschnitt ist und dass auch der Durchschnitt schon angepasst ist auf dieses knapp 20er KGV. Aber hier können wir auch abseits des Gewinns mal den EBITDA betrachten und den Unternehmenswert im Verhältnis zum EBITDA. Und dann sehen wir, dass auch auf dieser Basis die Apple-Aktie enorm überbewertet ist aktuell. Und gleichzeitig können wir dann auch nochmal das KUV betrachten von Apple, was ich auch gerne mache bei meinen Analysen, was ich eben schon angesprochen habe im Rahmen der Bewertung nach Guru Focus. Und auch wenn wir nur den Umsatz betrachten und gar nicht den Gewinn und die Aktienregekäufe und all diese Faktoren berücksichtigen, dann sehen wir, dass die Apple-Aktie aktuell enorm hoch bewertet ist. Und ebenfalls, wie wir schon beim Kurs-Buchwert-Verhältnis vorhin gesehen haben, dass diese Überbewertung sich kaum abbaut über die nächsten Jahre. Das heißt, auch mit Blick auf Ende 2023 ist die Apple-Aktie immer noch mit dem KUV von über 6 bewertet und liegt hier weit über dem Schnitt der letzten Jahre. Und die Grafik könnt ihr auch einfach mal kurz im Hinterkopf behalten. Und zum Vergleich zeige ich nochmal den Verlauf von Amazon und das KUV dort. Und da sehen wir, dass aktuell Amazon schon relativ günstig bewertet ist mit Blick auf die letzten Jahre. Und das, obwohl bei Amazon die Margen immer weiter steigen. Das heißt, es bleibt immer mehr vom Umsatz hängen. Das heißt, insgesamt würde allein diese Entwicklung schon höheres KGV rechtfertigen. Aber trotzdem ist Amazon da aktuell relativ günstig bewertet. Ich habe euch ja die Analyse vorhin schon verlinkt. Die findet ihr dann rechts oben, wenn ihr auf das I klickt. Und auch mit Blick auf die nächsten Jahre sinkt diese Bewertung enorm ab, weil Amazon einfach so stark mit dem Umsatz wächst. Und hier habe ich auch einen kleinen Fehler eingebaut. Das sollte eigentlich 2023 heißen. Aber wenn wir da auch mal einen Blick drauf werfen auf das Jahr und dann schauen, dann sehen wir, dass wir hier eine Unterbewertung haben, die wir das letzte Mal 2016 gesehen haben, wenn der Kurs jetzt stabil bleiben würde und der Umsatz weiter steigt. Also alles andere, was wir bei Apple aktuell sehen, wo sich diese Überwertung kaum abbaut. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen bis hier hin. Die Apple-Aktie ist immer noch stark vom Hardware-Bereich abhängig. Das Service-Segment und die sonstigen Produkte wachsen zwar, aber jetzt nicht exponentiell, so dass sie in den nächsten paar Jahren schon einen großen Anteil vom Umsatz ausmachen werden, sondern es wird voraussichtlich noch über fünf Jahre dauern, bis sie ungefähr die Hälfte vom Umsatz ausmachen werden und gleichzeitig kauft Apple enorm viel eigene Aktien zurück und treibt somit den Gewinn pro Aktie künstlich nach oben, wie wir es auch hier gesehen haben, anhand dieser einzelnen Balken und trotz all dieser Punkte, die ich jetzt nicht wirklich positiv werten würde, ist Apple immer noch enorm überbewertet, wie wir es aktuell gesehen haben und als wären all diese Probleme gar nicht da beziehungsweise selbst, wenn sie nicht da wären, wäre die Apple-Aktie aktuell stark überbewertet. Und als Ergänzung habe ich euch nochmal eine weitere Grafik mitgebracht, nämlich bei der letzten ausführlichen Analyse zur Unilever-Aktie, die war ähnlich umfangreich wie diese hier, die verlinke ich euch jetzt auch rechts oben, da könnt ihr gerne mal reinschauen, da habe ich auch die Käufe der Hedgeforce betrachtet und sozusagen als Unterstützung meiner These angewendet, dass die Unilever-Aktie momentan recht fair bewertet ist und habe da auch aufgezeigt, dass vor allem wir Hedgeforce groß eingekauft haben bei Unilever und dass sich da das Bild der attraktiven Bewertung bestätigt hat. Hier bei Apple sehen wir aber genau das Gegenteil. Und zwar habe ich einmal im Orange eingerahmt die Aktivitäten der Hedgeforce und zwar der Wert beziehungsweise das Volumen aller Käufe und Verkäufe der Hedgeforce im Vergleich. Das heißt, das Gesamtvolumen der Verkäufe in Rot und auch das Gesamtvolumen der Käufe in Grün. Und da sehen wir hier schon, dass seit 2018 ziemlich wenig Käufe durchgeführt werden beziehungsweise der Wert der Verkäufe, den Wert der Käufe in der meisten Zeit übersteigt. Und dann habe ich auch nochmal Rot eingezeigt, den Verlauf des letzten Jahres. Und da sehen wir nochmal ein ganz starkes Bild, das die Überbewertung und diese ganzen Punkte, die ich eben aufgeführt habe, bestätigt. Und zwar der Wert der Verkäufe ist hier enorm angestiegen. In einem Quartal hier im letzten Jahr hatte sich etwas ausgeglichen, aber dennoch, auch in den letzten beiden Quartalen, war der Wert der Verkäufe deutlich höher als der Wert der Käufe, wie wir es hier sehen. Das heißt, auch mit dem Blick auf den Hedgeforce, also die professionellen Anleger, bestätigt sich hier der von mir aufgezeichnete Eindruck. Und wie immer blicken wir zum Abschluss jetzt auch nochmal auf den Chart. Das heißt, ich habe viele Punkte angeführt, wo ich gesagt habe, die Apple-Aktie ist deutlich überbewertet. Und jetzt schauen wir einfach mal auf den Chart und dann gebe ich meine Einschätzung ab, was würde ich tun als Anleger, der noch nicht investiert ist, aber auch, was ich tun würde, wenn ich bereits die Apple-Aktie im Depot hätte. Und dann sehen wir hier bei dem ersten Chart auch nochmal ganz schön die Kursentwicklung der Apple-Aktie im Verlauf der letzten zehn Jahre, wie die bis zur Corona-Krise sehr konstant verlaufen ist, wie wir es eben auch bei der Bewertung gesehen haben. Und dann gab es aber hier einen deutlichen Ausbruch nach oben. Und wie immer, ich betrachte die Chart-Analyse vor allem als Ergänzung zur fundamentalen Bewertung. Das heißt, wenn wir hier in der fundamentalen Bewertung eben festgestellt haben, dass die Apple-Aktie relativ hoch bewertet ist, dann bewerte ich den Kursverlauf hier vor allem natürlich kritisch. Das heißt, hätten wir jetzt in der Fundamental-Analyse festgestellt, die Apple-Aktie wäre relativ fair bewertet, dann würde ich sagen, okay, der Chart sieht ganz gut aus, hier ist ein kurzer Aufpraller auf die letzten Hochs der letzten paar Monate in Wochen, aber hier könnte es weiter nach oben gehen. Aber wie gesagt, die fundamentale Bewertung spricht ein ganz anderes Bild. Und deshalb betrachten wir auch nochmal den logarithmischen Chart von Apple im Detail. Da bin ich auch ganz ausführlich auf die Amazon-Aktieanalyse eingegangen. Die habe ich euch bereits schon rechts oben verlinkt. Da könnt ihr einfach nochmal nachschauen. Da erkläre ich ganz ausführlich, was es mit dem logarithmischen Chart auf sich hat. Aber wir schauen uns direkt mal rein am Beispiel von Apple. Und da sehen wir hier ein ganz anderes Bild. Bild und zwar so, wie es auch eigentlich sein sollte. Hier sehen wir nämlich das prozentuale Wachstum im Verlauf. Und hier sehen wir auch gleichzeitig, dass sich hier die fundamentale Aktienbewertung relativ gut im Chartbild bestätigt. Nämlich, dass die Apple-Aktie hier einen oberen Widerstandspunkt von einem Trendkanal erreicht hat, der bereits seit über 10 Jahren Bestand hat. Das heißt, hier sehen wir auch eher an einem Widerstand. Gleichzeitig würde ich jetzt aber nicht prognostizieren, dass die Apple-Aktie hier sich um 50% halbiert und hier wieder bis 70 US-Dollar zurückfällt. Am unteren Rand des Trendkanals so pessimistisch würde ich die ganze Lage nicht einschätzen. Aber deshalb blicken wir einfach nochmal auf einen anderen logarithmischen Chart von Apple. Und da seht ihr immer noch den Trendkanal eingezeichnet, aber ein bisschen abgeschwächt, aber gleichzeitig den exponentiellen gleitenden Durchschnitt mit eingezeichnet, der immer ein ganz guter Indikator ist über mögliche Einstiegspunkte bei einer Aktie bzw. bei einer Überbewertung, bis zu welchem Punkt die Aktien normalerweise zurücklaufen. Und da sehen wir hier einmal, dass der auch schon über die letzten Jahre ziemlich gut Bestand hatte und immer ein ganz gutes Signal hatte, wenn die Apple-Aktie ein gewisses Tief erreicht hat, von dem es dann wieder nach oben aufwärts ging. Bei der Corona-Krise wurde dieser EMA nicht ganz getroffen, weil eben auch die Aktie davor schon so stark gestiegen ist, aber gleichzeitig steigt natürlich der EMA hier auch immer weiter. Und aktuell sehen wir dann hier eher einen Punkt, wo ich sagen würde, die Apple-Aktie würde wahrscheinlich nicht bis zu dem Trendkanal hier unten abprallen, aber wenn es mal wieder bergabwärts geht, dann wahrscheinlich in diesem Bereich bzw. auf diesen EMA. Und es sieht jetzt auch nicht so weit entfernt aus vom aktuellen Kurs, aber wir blicken dazu auch nochmal auf den linearen Chart. So, und hier sehen wir auch nochmal meine aktuelle Prognose und auch der lineare Chart mit eingezeichnet und hier sehen wir auch nochmal den Verlauf des gleitenden Durchschnitts, wie der sich hier weiter bewegt. Und natürlich würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die Apple-Aktie abstürzt bis auf hier unter 100 US-Dollar, sondern wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiter fortführen und auch noch unsere fundamentale Bewertung im Hinterkopf behalten, die für Ende 2023 ungefähr 120 US-Dollar war und uns hier auch die Entwicklung des gleitenden Durchschnitts anschauen und den hier fortführen bis Ende 2023, dann würden wir eben auch ungefähr auf diese 120 US-Dollar hier zulaufen. Und deshalb ist meine Prognose auch hier als Ergänzung zur fundamentalen Aktienanalyse und auch nochmal ganz deutlich, das ist nur meine persönliche Einschätzung. Also bitte bildet euch eure eigene Meinung und verkauft jetzt nicht die Apple-Aktie panisch, wenn ihr sie im Depot habt. Ich gehe gleich auch darauf nochmal ausführlich ein, aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung und ich kann auch völlig falsch liegen. Vielleicht ist die Apple-Aktie momentan mit den KGVs von 25,30 fair bewertet und wir sehen gar keine tieferen Bewertungen mehr und es pendelt sich ja langsam ein und die Aktie steigt immer weiter. Aber wie gesagt, ich persönlich würde einschätzen, dass es eben nicht so kommt und dass sich hier die Apple-Aktie entweder mal stark bergab bewegt oder hier eine ganze Weile Seitwärts verlaufen wird in die nächsten Jahre. Das wäre meine persönliche Einschätzung und deshalb greife ich auch nochmal den Titel des Videos auf. Wenn ich noch nicht investiert wäre, würde ich die Apple-Aktie zum aktuellen Zeitpunkt auf keinen Fall kaufen. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann man machen, wenn man bereits investiert ist und die Frage muss sich natürlich auch wieder jeder von euch selbst stellen, aber da kann ich auch meine Sichtweise gerne nochmal ausführlich schildern. Wie ich auch schon in der Analyse ausführlich beschrieben habe, handelt es sich bei Apple um ein wirklich hervorragendes Unternehmen, das top aufgestellt ist und sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren gut entwickeln wird. Das heißt, wenn ihr die Apple-Aktie jetzt schon seit vielen Jahren Depot habt und bei solchen Punkten während der Corona-Krise oder auch schon davor gekauft habt und ihr ohnehin die nächsten 10 Jahre erhalten wollt, dann lasst die Apple-Aktie einfach weiterlaufen, allein schon durch den Steuerstundungseffekt. Das kann euch ja egal sein, wenn die Apple-Aktie jetzt hier ein paar Jahre seitwert verläuft und wenn ihr trotzdem weiterhin an das Unternehmen glaubt, dann würde ich mit Blick auf die nächsten 10 Jahre die Aktie einfach weiterhalten. Anders sieht es aus, wenn ihr jetzt erst kürzlich investiert habt. Dann solltet ihr euch zuerst die Frage stellen, wenn ihr irgendwie im Bereich der letzten Monate oder im letzten Jahr investiert habt, warum ihr zu diesen Punkten eingestiegen seid. Das heißt, welche Analyse habt ihr durchgeführt? War die Apple-Aktie aus eurer Sicht fair bewertet? Welche Annahmen habt ihr getätigt? Und auch wenn ihr euch jetzt dieses kritische Video angeschaut habt, bestehen diese Annahmen trotzdem weiterhin noch für euch? Das ist ja überhaupt kein Problem, wenn ihr andere Meinungen habt als ich. Ich habe jetzt einfach nur meine Meinung ausführlich geschildert und das ist natürlich überhaupt kein Problem, wenn ihr das anders seht und ich wünsche auch jedem Anleger, der investiert ist in der Apple-Aktie, weiterhin viel Erfolg und ich hoffe auch für euch, dass ich hier mit meinem Video vollkommen falsch liege und drücke euch selbstverständlich auch die Daumen, dass die Kurse in den nächsten Jahren weiterhin einsteigen werden. Und dann wären wir nun auch beim Fazit von diesem Video und bei keiner Analyse bisher würde mich eure Meinung so sehr interessieren, wie jetzt bei der Analyse zur Apple-Aktie. Also schreibt mir bitte unbedingt in den Kommentaren eure Meinung rein. Seid ihr investiert? Seid ihr noch nicht investiert? Hat euch die Analyse hier weitergeholfen? Hat ihr euch eher verunsichert? Seht ihr das ganz anders als ich? Das interessiert mich natürlich auch. Jeder, der meine Arbeit hier auf YouTube beziehungsweise meine Analysen schon länger verfolgt, weiß auch, dass mein Kanal hier auf YouTube für eine offene Diskussion steht und für einen respektvollen Austausch und dass ich auch auf jedes Kommentar eingehe beziehungsweise jede Frage beantworte. Das heißt, schreibt mir wirklich gerne eure Meinung und Kommentare und wenn ihr zukünftig auch abstimmen wollt, welche Aktien ich weiterhin behandeln soll, wie gesagt, die Apple-Aktie, die wurde sich von meiner Community gewünscht, da habe ich eine Umfrage getätigt. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt oder wenn ihr auch an den zukünftigen Umfragen teilnehmen wollt, dann abonniert jetzt gerne den Kanal, das ist kostenfrei und so verpasst ihr kein weiteres Video und lasst natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. So, dann hätten wir es geschafft und am Ende vielen Dank für jeden Einzelnen, der sich das Video bis zum Ende angeschaut hat. Das war eine sehr umfangreiche Analyse. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video.